Folge 2 von Rage Mode, äh, ja, wieder mit Yusuf. Jo. Auch wenn ich... Das ist nicht so gut. Ja, ich bin nicht so begeistert. Ich find's ein bisschen dämlich. Ich find's ein bisschen dämlich, dass er wieder mit dabei ist, weil er wird mich gleich wieder durchgehen mit der Scheißachs erwerfen, aber... Ey, mein... Mein Status ist besser geworden jetzt. 85 Kills und 81 Tode. Glückwunsch. Danke. Ich will meinen gar nicht sehen. Meine Güte, jetzt muss es besser werden. Ist aber eine neue Karte, gell? Eher Village. Kann sein. Lass mal sehen. Aber Nuketown lief gut. Oh, mein Ding ist auch besser geworden. Ich hab jetzt immerhin 42 Kills und 41 Tode nur noch. Immerhin mal positiv. Gut, gut. Gut, dass er nicht steht, wie man gegen einzelne Spieler oder so kämpft. Das wäre übel. So, los geht's. Jetzt ist diese neue Karte. Jetzt Axt raus und auf die Sorge. Am Anfang nützt eine Axt gar nichts. Oh, doch. Genugtu. Boah, das ist ja eine geile Karte. Sieht gut aus. Ist ein bisschen größer als die andere. Die Karte war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. Ich hab schon den ersten Kill. Ich hab noch keinen gesehen. Nur Explosionen. Ich hab so ein Problem und zwar ein Riesenproblem. Wenn ich Name sehe, dann achte ich direkt drauf. Hm. Da bist du. Nein. Alter. Jawohl. Das gibt's nicht. Das gibt's da nicht. Ich wurde aber dann direkt getroffen, Mann. Guck nochmal. Jan. Jan will die Axt in die Fresse bekommen. Ja, der ist erster Platz. Der war gerade auch schon dabei. War der gerade auch schon dabei? Ja, ja. Ja, ja. Das ist der. Er hat mich gekillt. Das gibt's doch nicht. Ui, jo. Das Problem ist, die Map ist zu groß für 1, 2, 3, 6 Leute. Ja, das stimmt. Aber das macht's immerhin. Der trifft mich einfach so mit der Axt richtig chillig. Der läuft so und dann wirft der und dann zack getroffen. Ey, nein. Ich hab ne gute Stelle gefunden, du. Oha, 5er. Das gibt's nicht. Ich bin so schlecht. Was steht hier? Das Map war mein... ...Made bei... Ich hab null Punkte. Oder ne, ich hab sogar 25. Unfassbar. ...Hüpfst du wild vor mir rum und dann kriegst du die Axt in den Kopf. Ah! Okay, man kriegt hier keinen Fall Schaden. Oh, scheiße. Ich bin in der Falle. Ich musste mich selbst killen, ey. So, ja. Haha. Wie sieht's denn aus? Oh, zweiteres. Das läuft doch. Oh, shit. Oh, shit. Du, Drecksack. Jawoll. Nee, ist das keine Axt. Ja, ich hätte dich auch... Schleich der Penner sich von hinten an. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. So, oh, wenigstens dies, das ist so. Ich glaub, du auch gleich wirst du sehen. Wir sind in der Axt draußen und dann hab's schon nicht getroffen, fuck. Scheiße. Das zu absolut, das lief absolut. Nein, Axt. Oh, fuck. Mann, schon wieder vorletzte. Der hat besser als letzter. Das stimmt. Jetzt bist du wieder. Jetzt läuft bei mir übelste Kacke. Na gut, fünf Punkte Unterschied. gleich kommt eine angst pass auf hinter dir ich drehe mich halt nur noch um ich glaube einfach irgendwo rum explodiert alles und ich sehe keine leute er ist gut beziehungsweise ich bin schlecht bei mir läuft übelste kacke okay ich bin wenigstens nicht letzter wir haben uns beide gegenseitig mit der ax getroffen das ist doch nicht nur wenn ich wissen wissen würde wo du bist du stehst glaube ich auf einer Axt da bist du ich hab dich zu spät gesehen die Axt nicht schnell genug rausgekommen aber jetzt aber jetzt ich habe das von hinten wenn ich angegriffen werde ich habe das von hinten wenn ich angegriffen werde gut so der Jahn führt aber auch ziemlich deutlich den müsste man so langsamerhandel muss langsam runter aus deinem Prozent ich weiß ich bin viel zu hoch von einem Feld ist das eigentlich schon genug tun genug wenn ich besser wäre als du nun in die Map ist scheiße die gefällt mir nicht mehr die Map gefällt mir letzter letzter Null Punkte ey ne oh man ach schön komm noch eine Folge zwei ey aber diesmal wähle ich eine beste Terminal kenn ich glaube ich gar nicht mehr probiere ich schon wieder ist dieser Jahn dabei ich bin naja ich bin gespannt Lieber läuft doch besser sein Statistik angucken okay ich will meinen nicht mehr angucken ich habe mich um eins verbessert 51 Kills auf 49 Tore ja 90 Kills 92 Tore aber ich habe die immer noch nicht mit einer Achse erwischt das gibt es ja nicht ne Lobby lagts bei mir irgendwie ein bisschen ja bei mir auch okay Gott sei Dank das hängt da nicht vor das ist nicht meine Schuld nenne das ist bei mir auch okay wie wie das sieht ja geil aus ach das sind Flughafentörmer wie geil first blood hallo nein das geht's doch nicht das geht's doch nicht der kommt um die Ecke jetzt rastest du komplett aus ey jetzt muss ich aufpassen na warte wo ist er jetzt kommt X-Ray äh keine Ahnung was für Cheats es noch gibt AX wo bist du jetzt kommt alles wo bist du nein schon wieder ne Axt aber ich hatte null Punkte da ist es relativ egal ich wurde mit der Axt getroffen aber nicht von dir nein da hätte ich schon lauter gefeuert nein nein ja ich bin tot ich bin erster Junge ich bin erster das ist jetzt die vierte Axt die ich jetzt abbekommen habe wie gesagt von null Punkte kann man ja Gott sei Dank nicht weit runter Gott sei Dank gibt es keine Minuspunkte oh dann wärs es schon Boden oh du bist einfach so hinter mir ich brauch zu lang ich wurde mit der Axt getroffen shit ich bin aber immer noch erster oh yeah shit hey 10er Killstrike ernsthaft ich wo immer immer der boah dieser Jan Junge der ist am übelste ja der führt schon wieder das ist krass aber entweder hackt der oder der ist gut der ist glaube ich einfach gut das glaube ich auch weil naja weil ich meine so wie der mich bisher gekillt hat das ist völlig normal Penner okay gerade die Runde das war nur wegen der Map glaube ich das liegt nur an der Beb wegen der Runde gerade lass mich doch wenigstens mal kurz respawnen ganz ehrlich oh ich hab's gar nicht cool bist du auch so? gehst du auch mit dem ganzen Körper so hin und her? ja ey wenn ich jetzt ne Facecam hätte ne? die würden mich alle auslachen ja das stimmt's no Axt egal zweiter in your fuck ey das war peinlich das war jetzt richtig peinlich was gerade passiert ist das ist immer doof wenn man das dann auf Video hat gell? ja das war gerade sowas von peinlich was gerade passiert ist das gibt's nicht dieser Jan das ist krass wie steht's eigentlich so? ooooooh zählt mal eure Basis man yes was für'n Axtkill dann auch noch gegen Herrn Jan das ist immer besonders toll jetzt stirb halt ich meinte es eigentlich nicht mich selber du bist mir noch zu weit oben ich hab die aber auch schon ewig nicht mehr gesehen ja oh yes oh yes endlich danke schon wieder? nein halt von wegen du lebst ja noch stirb stirb jetzt endlich tot ja ich auch oh man ey weil du mich jetzt einmal mit der Axt getroffen hast musst du jetzt fünfmal kriegen man nein lass mich ich glaube ich werde jetzt nur auf die Suche gehen wo du bist oh nein Axt 120 Punkte noch oh shit also ich bin noch dritter okay den kann ich vielleicht noch runterkriegen oh shit ich bin noch mal blind reingeschossen okay ah einfach mal blind reingeschossen dann Crayge Mode sind meine Bogenskills so hoch gestiegen Mann ja klar hier brauchst du nahe echt früher war ich in der ey what the hell ah ist vorbei wie viel da bin ich ja toll letzter naja nicht vorletzter ah wie ist es nicht einmal erwischt ja ja coole Runde coole zwei Runden ja die erste voll schlecht und dann die zweite richtig übel naja passiert halt jup vielen Dank fürs zugucken und wir sehen uns eventuell in einer dritten Folge wieder bis dahin ciao ciao